Straßen und die Drachen verfinstern den Himmel. Gibt es denn auch gute Neuigkeiten? Ähm, nein, mein ja, leider nicht. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu Skyrim. So. Ähm, haben wir dann die Quest aktiviert? Äh. Ja, ist aktiviert? Gut. Ähm, gut. Dann können wir erstmal hier aus der Festung... Ja, ja. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Dann geh doch hin. So, gut. Dann können wir hier aus Festung untersteigen, glaube ich, so heißt es hier. Äh, raus. So, ah, jetzt habe ich... Ich mache immer wieder denselben Fehler, dass ich nicht gucke, wie spät es ist. Aber es müsste ja eigentlich Tag sein, weil wir haben ja eigentlich gewartet gehabt, bis die aufgestanden waren. So, also es müsste eigentlich Tag sein. Weil das Geräte hat ja nicht den ganzen Tag gedauert. Ja. So. Wenn ihr das Gesetz in Markhard brecht, werdet ihr in die Sitna-Mine verfrachtet. Ja, das weiß ich. Äh, gut. Dann gehen wir halt wieder zu diesem Hau-drauf-Typ. Der gesagt hat, blutig genug. Da ist er ja. So. Hallo. Blut und Silber, Freund. Blut und Silber. Jo. Macht einfach, kehrt und verlass die Stadt. Das wäre intelligent. Äh, wisst ihr vielleicht, was Verlehen mag? Was? Warum? Habt ihr Interesse? Hm. Ich frage nicht für mich, sondern für Calzimo. Calzimo. Er interessiert sich für Verlehen. Dieser schlitzohrige alte Knacker. Ich hätte es wissen müssen. Gut für ihn. Für beide. Unter uns. Sie könnte ein bisschen Wärme und Zuneigung vertragen. Was ihre Vorlieben betrifft. Ich hab euch nichts gesagt. Verlehen gibt sich gern hart. Hat aber vor allem eine Schwäche für Gedichte. Als Jugendliche habe ich einige Kurse an der Baden Akademie absolviert. Gedichte sind beim Umwerben von Frauen immer nützlich. Ich hab mal ein Gedicht für eine ältere Dame in Rorikstad verwendet. Ich könnte es auf Verlehen umschreiben, wenn ihr mich bezahlt. Seid ihr bereit für meine goldenen Worte? Ich kaufe es. 200 Goldstücke. Wunderbar. Ich schreibe alles auf, damit ihr es nicht vergesst. Ihr solltet damit direkt zu Verlehen gehen. Der alte Frostschädel soll ja nicht über die Worte stolpern. Okay. Abgeschlossen. Übergibt das Gedicht. Also wieder zurück. Hallo, wir sind wieder da. Oh, keine Wachen? Oh, schade. So. So. Ups. So. Die Silberblutfamilie wird Gehör finden. Ja, ja. So, Madame Verlehen. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir falsch könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Sie leben auch hier, mein Jarl. Das versuche ich euch zu sagen. Hallo, Verlehen. Uhu. Als sein Huskal achte ich hauptsächlich auf die Sicherheit von Igmund. Äh. Hier ist ein Gedicht, das ich euch gerne vortragen würde. Verzeihung? Von Calzimo. Bitte sehr. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Gedicht überreichen. Das ist wunderschön. Calzimo hat das über mich geschrieben. Ich wusste gar nicht, dass er über solches Feingefühl verfügt. Ihr seid ihm wichtig. Eindeutig. Ich habe aus diesem Blickwinkel noch nie über ihn nachgedacht. Wäre ich doch nur so geschickt mit Worten wie er. Hier, hier. Nehmt diesen Brief. Ich bin zwar nicht so wortgewandt wie er, aber hoffentlich versteht er ihn trotzdem. Okay. Überbring. Verlehen ins Brief. Mhm. Äh. Achso. Der ist ja hier hinten. Was für eine Lauferei. Die Silberblutfamilie wird Gehör finden. Ja, ich weiß. Irgendwann. Vielleicht. Oh, jetzt hängt man am Stein fest. Die sollte mal hier ein bisschen einebnen. Du, Calzimo. Halt. Bleib mal hier. Nicht schon wieder wegrennen. So. Hallo, Calzimo. Ich bin mit meinen Studien beschäftigt. Was gibt es denn? Ich habe einen Brief von Verlehen. Das ist mehr, als ich zu hoffen gewagt hätte. Das habt ihr wirklich für mich getan. Ich muss sie sehen. Bitte entschuldigt mich. So. Okay. Ups. Was? Oh, auf Wiedersehen. So. Dann verfolgen wir ihm natürlich. So. Wir wollen ja wissen, was er da treibt. So. So ein alter Knacker. Ja, wo willst du hin? Verlehen. Ich. Pssst. Schon gut. Ihr müsst nichts mehr sagen. Ich wusste gar nicht, dass ihr so feinfühlig seid. Ich liebe euch. Habe ich gehört. Kommt her. Kommt her. Und er geht. Das ist was. Nicht zu fassen, dass ich ausgerechnet hier stationiert bin. Sogar die Betten sind aus Stein. Ja, ja. Aber immerhin schön kühl immer. So. Haben wir denen mal auf die Sprünge geholfen. So. Ähm. 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 Ja, da können wir zurückkehren. Geschmack des Todes. Aus des Schreckens. Verschwörung abgeschworener. Ähm. 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 Denkwürdige Nacht. Da, 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 da. Ähm. 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 Falsche Taste, da müssen wir hin, Karte, Weltkarte, so, wir sind ja jetzt im Moment hier, dann hätten wir hier, was, Tötet, Bandite, Führer, okay. Was haben wir hier? Achso, Mondamulett nochmal, okay. Hier haben wir Verbotene Legenden, Seufzheim, achso ja, das sind die. Dann muss, aktiviere ich kurz mal die Quest, das, und zwar, was war es denn nochmal? Bei verschiedenen. Gucken wir mal, ob wir das auf der Karte sehen und das. So, Karte, Weltkarte, Rettet, Lisbeth, hier hätten wir die, okay. Aha, Festung Sonnenwacht, okay, da können wir das, achso ja, das ist das. Ja gut, dann könnten wir das so machen, dass wir jetzt praktisch uns auf dem Weg Richtung Einsamkeit machen und dann halt hier das praktisch als erstes markiere ich mal. So praktisch da irgendwie, so machen wir das so, also hier hingehen und dann halt hier darüber gehen, uns Kart Wasten angucken und dann hier das erledigen. Und dann halt Richtung Einsamkeit, dann könnten wir in Einsamkeit dann auch dafür die Diebesgilde das machen. Ja, ja, so, alles gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Immer gern, Karl Zemo. Älter Freund. So, äh, jetzt 2 Uhr Grad. Dann wollen wir mal erstmal Markgat hinter uns bringen. So, und auf geht's. Achso, wir könnten ja auch gucken. Ähm, Quest. Äh, wo war das denn? Ähm. War das? Das war, glaube ich, die... Für den Jarl. So, dann gucken wir da auch mal. Vielleicht liegt's ja auch auf dem Weg. Ja gut, wir könnten dann hier so... ...das erledigen, ja. Ziehen wir das mit rein. Achso, jetzt ist hier... Was soll ich tun? Ich würde gerne sehen, wie die Sturmmäntel versuchen, in diese Schlucht einzudringen. Punkt um. Ihr wollt jetzt aufgeben? Aus Furcht? Soll das unsere Tochter von uns lernen? Mama, warum streitet ihr mit Papa? Wir streiten uns doch nicht, wir... Warum hole ich euch nicht was zu essen? Wollt ihr etwas Hammel- oder Refleisch? Natürlich wollt ihr das. So. Ich werde eines Tages ein Silberschmied. Wie Mutter und Vater. Ja, dann stopp... äh... Tritt du in die... Hey, ihr. Ja, ihr. Habt ihr Lust auf etwas frisches Fleisch? Versucht nicht mit mir zu falschen. Kauft etwas oder verschwindet. Der schönste Schmuck in ganz Marke. Darf ich fragen, woher dieses ganze Fleisch stammt? Ah, das ist eine gute Frage. Woher bekommt Hogney das beste, frischeste Fleisch weit und breit? Die Antwort ist ganz einfach. Orks. Es gibt eine Festung in der Nähe, deren Jäger ein Hirsch in Sekundenschnelle erlegen können. Eine Orkfrau, das wär was, ja. Stark und massig. Schade nur, dass sie niemanden hinter diese Mauern lassen. Ich zeige euch, wo sie sind. Vielleicht seid ihr ja willkommen. Vielleicht gibt es einen Pfeil als Begrüßung. Wer weiß. Aha, danke. Äh... Ich hab einige Fragen zu dieser Stadt. Sehe ich aus wie ein Stadtführer? Ich verkaufe Fleisch, mehr nicht. Kauft ihr jetzt etwas? Naja, ist okay. Was habt ihr zu verkaufen? Seht ihr es euch an? So, natürlich. Ich denke, du hast nur Fleisch. Und warum hast du jetzt hier Altowein im Angebot? Hm? Und einen grünen Apfel? Und Honig schnitten? Hm? Mammutrüssel. Okay. Süßkuchen. Ähm... Nehmen wir mal... Äh... Hier. So. Gut. Kommt wieder vorbei, wenn ihr mehr Fleisch braucht. Und bringt Gold mit. Ja, ja. Almosen. Ich sagte Almosen, Schandmaul. Näh. Ja, ja, hier. Wie wär's mit einem Septim? Moment, äh, sagen wir zwei Septim. Ich bin gerade in Stimmung. So, hier nimmt das Goldstück. Endlich. Und jetzt verzieht euch. Das blutigste Fleisch in Reach. Okay. Bringt das nächste Mal mehr Gold mit. Bähähähähähäh. Das sind hier Forderungen, meine Güte. Nur raus aus der Stadt. Die ist verrückt. Die ist verrückt. Wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Viel Spaß. Und bis denn dann. Tschüss.